Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, mein Name ist Christoph Leichtweis und ich darf Sie sehr herzlich zum heutigen ÜPOS Kapitalmarkt Dialog begrüßen. Die Ausgabe Oktober wird sich wieder mit einigen interessanten Fragestellungen beschäftigen. Wir werden uns die Kapitalmärkte anschauen von der Entwicklung über die Rückschlüsse für private Kapitalanleger und ich möchte auch direkt einsteigen in das Thema, indem wir uns zunächst vergegenwärtigen, über was wir eigentlich sprechen. Was Sie hier sehen, ist eine Zeichnung aus dem Internet und ich hoffe, dass es uns so nicht geht. Sie sehen es hier, da ist das Leben, da ist das Geld. Wir sollten nicht nur dem Geld hinterherlaufen und am Ende des Lebens zwar viel Geld, aber wenig im Leben erlebt haben. Nachdem wir das Grundsätzliche geklärt und besprochen haben, kommen wir zu den Niederungen der Kapitalanlage und wir schauen uns zunächst mal die Märkte im Verlauf des Jahres 2017 an. Wie haben sich die verschiedenen Segmente entwickelt und welche Segmente waren ertragreich und wo war es vielleicht doch im Nachhinein nicht wirklich vernünftig investiert zu sein. Wir sehen hier zunächst mal die verschiedenen Vermögensklassen. Wir sehen eine sehr, sehr starke Wertentwicklung bei Aktien aus den Segmenten und den Kapitalmärkten der Schwellenländer. Wir sehen hier eine sehr, sehr starke Wertentwicklung. Knapp 30 Prozent, die wir hier sehen, bezogen auf den Markt. Wir sehen an zweiter Stelle immerhin auch 17 Prozent, eine sehr, sehr starke Wertentwicklung. Hier natürlich auch nochmal entsprechend auf der Seite der globalen Aktien, also auch ein sehr gutes Ergebnis. 11 Prozent Aktien Europa hier in Rot dargestellt, auch zuletzt eine sehr schöne Bewegung nach oben. Man hat hier doch diesen Seitwärtskorridor, den man über einige Monate hier gesehen hat, den hat man eben nach oben verlassen. Dann der Goldpreis auch auf Jahresbasis runter 10,5 Prozent im Plus, auch wenn die Tendenz in den letzten Wochen hier eher negativ war. Und hier unten sehen Sie das Thema Anleihen, also an der Anleihfront, da war weniger zu verdienen, respektive hier natürlich auch eben entsprechend die Rohstoffe, die wir hier als beide am Schluss sehen. Insgesamt, die Entwicklung war doch relativ positiv, sofern man die Wachstumswerte hoch genug gewichtet hatte. Aber was vielen Anlegern dann doch aufs Gemüt geschlagen hat, aus der deutschen Perspektive, aus der Sicht eines europäischen Anlegers, der in Euro rechnet, das war eben die Wertentwicklung. Und Sie sehen es hier sehr schön dargestellt, wiederum von Beginn des Jahres 2017 per Schlussdaten gestern. Wir sehen es, naja, der globale Aktienmarkt, wie gezeigt, knapp 15 Prozent im Plus. Das Problem ist allerdings, dass wir durch die Aufwertung des Euros viel von dieser Wertentwicklung verloren haben, sodass noch rund drei Prozent übrig geblieben sind. Das heißt, drei Prozent sind übrig von 15 und das ist prozentual natürlich nur knapp 20 Prozent. Also 80 Prozent der Wertentwicklung wurden hier durch die starke Aufwertung des Euros wieder reduziert. Auch am Kapitalmarkt, am Aktienmarkt muss man genauer hinschauen. Sie haben eben den Aktienmarkt gesehen, einmal in Euro, einmal in Dollar. Aber der Markt ist natürlich noch deutlich heterogener. Ja, die Profis sprechen hier von Faktorprämien, also sprich Kategorien von Aktien, die ähnliche Attribute teilen. Und da sehen Sie auch immer in Relation zum globalen Aktienmarkt, da sehen Sie hier, okay, die Kategorie von Aktien, die sich etwas geringer schwankungsintensiv zeigen, also die weniger stark schwanken als der durchschnittliche Markt. Die haben wir dieses Jahr, ja, Sie sehen es, knapp 8,5 Prozent schlechter abgeschnitten als der breite Index. Wir sehen auch das Thema Qualität, auch da hat man sich schwer getan. Wir sehen auch das Thema Small Cap Prämie, also Unternehmen geringerer Kapitalisierung haben sich nicht so gut geschlagen. Was sich sehr gut geschlagen hat, das sehen Sie hier, das Thema Momentum, also Aktien, die Trends haben, die haben sich besser entwickelt als der breite Markt. Und das ist schon ein wichtiges Thema auch, weil dieses Thema Faktorprämien, Faktoranalyse, das führt zum einen zu einem deutlich besseren Verständnis für den Anleger. Wir sehen hier einen stärkeren Wettbewerb dieser quantitativ getriebenen Modelle zu aktiven Fondsmanagern, also durchaus die Möglichkeiten für sowohl private als auch institutionelle Anleger hier durchaus dezidiert in die Märkte zu investieren, aber gleichzeitig die Gebührenstruktur doch deutlich zu verringern, was natürlich ein Vorteil ist. Und man kann hier natürlich auch durchaus sehr granular agieren und kann sich eben im Gesamtkontext eines Portfolios überlegen, wie viel Zinsänderungsrisiko habe ich vielleicht auf der Anleihenseite. Ich möchte Segmente des Aktienmarktes mit einem geringeren Zinsänderungsrisiko. Und das kann man hier sehr, sehr schön wie beim Lego eben mittlerweile zusammenbauen. Aber was ich Ihnen in erster Linie vermitteln möchte, ist, das eine ist der Blick auf einen globalen Index, das andere ist die Berechnung unter Berücksichtigung der jeweiligen Währungsentwicklung und dann kommt noch die dezidierte Betrachtung der jeweiligen Kernsegmente des globalen Aktienmarktes dazu. Und das können wir natürlich für jeden Bereich der Kapitalmärkte tun, seien es Aktien, seien es Anleihen oder beispielsweise auch die Rohstoffe. Wenn wir uns also nur mal kurz hier den Kommentar anschauen, dann müssen wir sagen, wachstumsorientierte Vermögensklassen mit einer sehr, sehr starken Wertentwicklung. Letztendlich wurden Investoren so belohnt, wie man sich das vorstellen würde. Also wer Risiken eingegangen ist, der wurde auch mit Risikoprämien belohnt, so wie es die Kapitalmarkttheorie ja auch vorsieht. Das Problem leider Gottes, niemand weiß genau, wann man für die Risiken belohnt wird. Das heißt, diese Prämien sind relativ unstabil, sie zu prognostizieren ist quasi unmöglich. Von daher, man muss eben investiert sein und wird dann über die Zeit entsprechend hier belohnt. Die Währungsentwicklung hat sich dementsprechend negativ niedergeschlagen und man sollte nur nicht den Fehler machen, hinterherzulaufen und jetzt zu überlegen, globale Bestände mit Währungsabsicherungen zu versehen, sondern der Maßstab, der sollte die eigene Perspektive sein. Wie viel Fremdwährungsrisiko möchte ich haben? Wie viel Fremdwährungschance soll im Portfolio auch drin sein? Wie sind die Risiken insgesamt zu betrachten? Und in dieser Betrachtung sollte man natürlich auch einbeziehen, dass, wenn Sie heute Wertentwicklungen betrachten, die Sie in Zeitungen sehen, im Internet, solche Performance- und Wertentwicklungsrankings, bis hin zu Kennzahlen zum Thema Risiko, da müssen Sie wirklich genau hinschauen und zu verstehen, was war wirklich Wertentwicklung aus dem zugrunde liegenden Markt, was war Wertentwicklung aufgrund der Managementleistung und welche Entwicklung kamen wir wirklich aufgrund der Währungsentwicklung noch dazu. Also, schauen Sie nicht auf die Rankings, Sie sind sehr, sehr irreführend, wer die Rankings betrachtet und einfach danach Manager, Vermögensverhaltungsstrategien und Ähnliches auswählt, der wird da in der Zukunft mit Sicherheit Probleme haben. Dieses Performance-Chasing ist ein Grund dafür, dass viele Anleger deutlich weniger Rendite realisieren, als der Kapitalmarkt langfristig bietet. Im Gesamtkontext Ihrer Vermögensstrukturierung sollten wir beim Thema Währung natürlich auch daran denken, dass Sie Vermögenswerte haben, die Sie nicht im Depot sehen können. Beispielsweise physische Edelmetalle, Gold und Silber, die werden in Dollar abgerechnet. Also, wenn Sie heute 10.000 Euro in Edelmetalle investiert haben, dann tragen Sie auch für diese 10.000 Euro das Euro-Dollar-Währungsrisiko, respektive die Chance und das muss hier natürlich einbezogen werden, wenn man über Währungsentwicklung insgesamt spricht. Das nächste Thema, das ist das Thema Zinsen. Wir haben hier historische Konstellationen und ich stelle mir durchaus die Frage, ob wir diese historischen Konstellationen irgendwann mal als Wendepunkt dieser extrem lockeren, dieser sehr expansiven, dieser historisch einmaligen Geldpolitik betrachten werden. Und dazu passt es auch sehr gut, dass wir in den Medien, Sie sehen es hier dargestellt, so eine bisschen Vereinfachungstendenz der Geldanlage haben. Sie sehen es hier, ETFs, Indexfonds, Fonds für Einsteiger. Nun ja, der einzelne ETF ist natürlich ein simples Konstrukt, aber man sollte auch wissen, wie ein Index berechnet wird. Man muss immer noch aktiv die Entscheidung treffen, welche Märkte abgebildet werden sollen, in welchem Verhältnis und vor allem auch, wie die Wechselwirkungen sind. Und nach einigen Jahren des Bullenmarktes, da darf man doch etwas skeptisch sein, dass das momentan alles so simpel ist, wie es dargestellt wird. Meine Befürchtung ist an dem Punkt, dass das sehr, sehr wichtige, sinnvolle Instrument ETF, was wir auch zu 60 bis 70 Prozent in Portfolios verwenden, also was einen hohen Anteil ausmacht, durch diese starke Simplifizierung, durch die teilweise regulatorisch getriebenen Kostenaspekte dazu führt, dass es irgendwann ein schlechtes Image bekommt, eben dann, wenn der Aktienmarkt mal wieder 20, 30 Prozent korrigiert. Und da muss man sagen, das ist eine Erwartungshaltung, die Aktionäre leider Gottes immer haben sollten. Nichtsdestotrotz das Thema Zinsen. Sie sehen hier den Wahnsinn, abgebildet die Rendite einer 30-jährigen Staatsanleihe von Österreichs. Sie sehen es, aktuell 1,6 Prozent Rendite zahlt man hier für einen 30-jährigen Kredit, das die Anleger eben dem Staat geben. Aber es wurde auch eine 100-jährige Anleihe platziert mit einer Rendite von 2,1 Prozent. Also der Aufschlag, den wir hier sehen, für 70 Jahre mehr Kreditrisiko, für 70 Jahre mehr Zinsänderungsrisiko, für 70 Jahre mehr Inflationsrisiko, der war im Null-Komma-Bereich. Das natürlich vor Steuern und das zeigt auch extrem, wie historisch einmalig diese Anlagenotstand im Euro sich gerade darstellt. Das soll es aber nicht gewesen sein mit historischen Konstellationen. Ich habe Ihnen hier mal mitgebracht, die Rendite von Unternehmensanleihen schwächerer Bonität. Man nennt sie auf der einen Seite High-Yields, also Hochzinsanleihen, aber da sehen Sie auch schon, mit Hochzins ist nicht mehr viel her. Aber man nennt sie auch durchaus Junk-Bonds, also sprich Ramsch-Anleihen. Und was Sie hier mal sehen, das ist eben die Rendite für diese Hochzinsanleihen. Wir sehen hier diese verzerrten Rendite im Rahmen natürlich der Finanzkrise, als wir diese Illiquidität hatten. Die war natürlich ein bisschen Unsinn und hat nicht den langfristigen ökonomischen Preis widergespiegelt, aber Märkte übertreiben eben. Dann sehen wir insgesamt natürlich hier, dass wir immer eine ordentliche Differenz hatten zum sogenannten sicheren Hafen der globalen Finanzmärkte. Und das ist eben aller Kritik zum Trotz und aller politischen Querelen um Trump, um das Anhebung der Schuldengrenze und, und, und. Nach wie vor die US-Staatsanleihe. Das ist der sichere Hafen. Und Sie sehen es hier, traditionell immer eine gewisse Rendite-Differenz. Und aktuell ist diese Differenz zusammengelaufen. Sie können es hier sehen. Die Staatsanleihe zahlt 2,33%. Die Hochzinsanleihen im Euro 2,4%. Ja, wir haben leicht unterschiedliche Laufzeiten. Ja, wir reden über unterschiedliche Währungen. Aber nichtsdestotrotz zeigt das sehr deutlich, was für eine einmalige Konstellation wir hier aktuell am Kapitalmarkt in den zinsnahen Bereichen des Kapitalmarktes haben. Das war es aber immer noch nicht mit der historischen Konstellation. Man hat früher mal gesagt, wenn Sie Dividendenrenditen von Aktien haben, oberhalb der Rendite von Staatsanleihen, dann muss man Aktien kaufen, weil dann gibt es zum laufenden Ertrag noch die langfristige Chance auf positive Kursentwicklung. Die Renditen sind gefallen. Dann hieß es, naja, wenn die Dividendenrenditen höher sind als die Rendite von soliden Unternehmensanleihen, dann muss man Aktien kaufen. Aktuell, Sie sehen es hier im Chart, ist die Dividendenrendite des europäischen Aktienmarktes höher als die Dividendenrendite von diesen Hochzinsanleihen der Eurozone. Und auch das sehen Sie im Chart dargestellt. In dunkelblau die Hochzinsanleihen. In orange die Dividendenrendite, die, wie man auch schön nachvollziehen kann, relativ stabil bleibt im Zeitablauf. In grün hier unten habe ich Ihnen mal die Differenz mitgebracht. Und Sie sehen es, wir sind hier unterhalb der Nulllinie. Also sprich Dividendenrendite, die natürlich nicht garantiert ist und Schwankungen unterliegt. Klar, wir haben zwei verschiedene Vermögensklassen, die wir vergleichen. Wir sehen die Rendite von Hochzinsanleihen mit 2,4. Also das ist schon wirklich extrem. Das ist in vielen Konstellationen einmalig. Und das zeigt, wie sehr Kapitalmarkt-Anleger bereit sind, Laufzeitrisiken, Bonitätsrisiken im Anleihsegment zu akzeptieren, um eben noch gewisse Renditen zu generieren, um nicht in den unkalkulierbaren Aktienmarkt investieren zu müssen. Und ich glaube, diese Aufschläge für den Zinsbereich und diese Abschläge für den Aktienbereich, da können wir uns, glaube ich, einig sein. Die werden so nicht bestehen bleiben können. Und das zeigt, wie ungesund dieses Verhältnis momentan sich hier darstellt. Also, wir haben hier viele Segmente, die wir berücksichtigen müssen. Und ich habe es Ihnen hier nochmal dargestellt. Wir haben die niedrigen Zinsen, wir haben Interventionen durch nicht marktwirtschaftlich denkende Teilnehmer. Das sind die Notenbanken. Wir haben eine Knappheit an risikolosen Investitionsmöglichkeiten. Anleger klettern die Rendite-Risikoleiter immer weiter nach oben. Tätigen am Ende des Tages Kapitalinvestitionen, die sie vielleicht nicht 100% durchdringen, zu denen es keine Erfahrungswerte gibt, weil man eben sich in diesem Anlagenotstand gefangen sieht. Wir werden irgendwann sehen, dass dieser Anlagenotstand endet. Und dann wird diese offensichtliche Gleichschaltung der Investoren natürlich zu schnellen und auch harten Kursbewegungen führen. Und 1% Zinsänderung kann mal ruckzuck 7-8% Veränderung im Anleihmarkt hier ergeben. Und auch das muss man an der Stelle mal ganz deutlich sagen, wenn Sie einen Index betrachten für Anleihen, der heißt es ja noch, wie er vor 5-6 Jahren war. Aber die Bonität ist im Durchschnitt schlechter, also das Kreditrisiko ist höher. Die Laufzeit, in der das Kreditrisiko getragen wird, ist ebenfalls länger geworden. Dementsprechend ist das Zinsänderungsrisiko auch höher geworden. Sprich, das Risiko ist größer, auch wenn sich der Kapitalbetrag und die Wertpapierkennnummer in Ihrem Portfolio nicht verändert haben. Also, wir haben das Risiko von extremen und auch historisch nicht beobachtbaren Rückschlägen. Also, das muss man sich mal ganz ehrlich vor Augen führen. Deswegen auch viele Kennziffern, die teilweise nach vorne gestellt werden, die sind natürlich rückblickend. Und ich glaube nicht, dass die die aktuellen Risiken aktuell aufgreifen, weil ein Renditeanstieg, der würde den Immobilienmarkt treffen. Der trifft die Edelmetalle, der trifft die Anleihen, der trifft die besonders defensiven Segmente des Aktienmarktes. Und von daher, wenn Sie glauben, Sie haben eine tolle Vermögensstruktur, weil Sie einen bunten Excelkuchen haben, dann muss ich Sie an der Stelle leider enttäuschen. Also, man muss sich bewegen, man muss analysieren, man muss ins Handwerk gehen, nicht um etwas zu verbessern, sondern um vielleicht nur den Grad der Risikostreuung, der Diversifikation herzustellen, wie man ihn vor einigen Jahren hatte. Also, man bewegt sich nicht, damit es besser wird, sondern nur, um es nicht deutlich schlechter werden zu lassen. In diesem Zusammenhang können Sie mal gerne mit uns sprechen, wie man das Thema professionell analysiert. Wir schauen nochmal auf die Notenbanken und die Inflation, da gibt es sehr, sehr viele Fragezeichen, das muss man ganz offen sagen. Zunächst hier mal die aufgeblähte Notenbilanz der US-Notenbank, der US-Fed, Sie sehen die Bilanzsumme in Billionen US-Dollar. Wir haben die Reaktionen gesehen auf die Hypotheken- und Finanzkrise, seitdem, Sie sehen es hier, auch sehr schön dargestellt. Die Bilanzsumme ist dann relativ konstant geblieben. Ich habe Ihnen das auch mal mitgebracht für die Eurozone. Hier sehen Sie auch die Bilanzsumme, natürlich jetzt in Milliarden Euro. Die hat sich hier auch massiv erhöht, erhöht sich ja noch weiterhin, weil das Anleiheaufkaufprogramm ja aktuell in der Kommunikation noch nicht eingestellt wird. Und ja, diese exorbitanten Liquiditätsschübe, nicht nur von der FED oder der EZB, sondern auch natürlich aus Japan, die globalen Zinssenkungen, die wir auf jeder Ebene gesehen haben, die haben natürlich das System mit Liquidität geflutet. Die haben zu teilweise abstrusen Ereignissen geführt, negative Zinsen, Einlagegebühren und, und, und. Also viel historisch und einmalig Neues, muss man sagen. Und die Frage, die man sich nun stellt, naja, was passiert, wenn die Notenbanken das zurückdrehen? Und das ist natürlich ein wesentlicher Punkt. Und das weiß niemand genau. Und die Notenbanken schauen natürlich auch auf die Inflation und die Inflationserwartungen für die USA und die Eurozone, habe ich Ihnen mal mitgebracht. Sie sehen es hier links dargestellt, eben in Rot, das ist so die 2% Zielgröße, die man immer im Blick hat. Sie sehen es hier für die USA, da ist man leicht drüber. Sie sehen es für die Eurozone, wir haben uns ein bisschen stabilisiert. Wir sehen es auf Sicht von 5 Jahren, auch da ging es entsprechend nach oben. Also, was man momentan sieht ist, ja, die Inflation hat sich stabilisiert. Das Thema Desinflation, Deflationsangst, das ist erstmal vom Tisch. Gerade in der Eurozone möchte die EZB aber noch sehen, dass die Inflation sich weiter stabilisiert, dass die Inflationserwartungen über die 2% kommen. Und das ist auch die Kerninflationsrate, also die Inflation ohne die schwankungsreichen Energietitel sich mal weiterhin nach oben bewegt. Weil man weiß auch, nur die Energiepreise sind natürlich nicht der Faktor, der für die Inflationsmessung einer Volkswirtschaft so nachhaltig ist, wie man sich das wünschen würde. Also, das ist ein großes Thema. Wir müssen aber ganz klar sagen, nicht nur Sie als Anleger oder wir als Experten, wie es ja so gerne heißt, stehen da ein bisschen im Dunkeln. Sondern insgesamt auch die Notenbanken und auch die Aufsicht der Notenbanken, die Bank für internationalen Zahlungsverkehr. Die ist sich da nicht ganz sicher. Ich habe Ihnen hier mal einen Ausschnitt mitgebracht aus einer Publikation, die per Mail gestern versendet wurde. Und man fragt sich, naja, warum sind eigentlich die Zinsen so niedrig und warum ist die Inflation so niedrig? Weil wir hätten alle erwartet, Hand aufs Herz, dass dieses Gelddrucken, dass diese niedrigen Zinsen zu inflationären Tendenzen führen. Nicht nur 1-2% und nicht nur natürlich vielleicht durch den Warenkorb-Effekt, wo man ja diskutieren kann, ob das alles so korrekt wiedergibt, was Sie im täglichen Leben an Inflation erfahren. Aber man hätte doch auch in den öffentlichen Kennzahlen eine höhere Inflation erwartet. Das haben wir nicht gesehen. Und nun wird man überlegen müssen, was passiert, wenn die Geldpolitik sich ändert, wenn die Anleiheaufkaufprogramme zurückgefahren werden. Also das wird ein wichtiges Thema werden und am Ende des Tages, niemand von uns hat eine Kristallkugel, niemand kann Ihnen sagen, wie es werden wird. Also auch wenn Sie da jetzt vieles lesen, gut begründet, mit tollen Fakten und tollen Charts, niemand weiß es. Also, kleines Fazit an dieser Stelle, die US-Notenbank hat die Zinsen bereits angehoben. Man könnte weiter anheben. Man hat angekündigt, dass man die Bilanzsumme der Notenbank schrumpfen wird. Aber Janet Yellen hat das rhetorisch herausragend gemacht, das muss man ganz klar sagen. Man hat die Schrumpfung angekündigt, aber auch gesagt, naja, that's the plan. Aber man weiß nie, was kommt und wenn die Zeiten wieder schwieriger werden, dann ändern wir einfach unseren Plan. Also, lieber Kapitalmarkt, die Liquidität geht ein bisschen zurück. Die finanziellen Konditionen, die trotz der Zinserhöhung sogar lockerer geworden sind, die werden vielleicht ein bisschen enger. Aber alles in allem, wenn was ist, wir sind da, wir lassen euch als Anleger nicht im Regen stehen. Also, eine ziemlich gute Argumentationskette hier der Notenbankchefin. Und wie gesagt, niemand außer den Börsenpropheten, der weiß, was passiert, wenn die Geldpolitik sich wirklich umdreht, wenn die Liquiditätsversorgung sich ändert. Außer natürlich die Börsenpropheten. Und was wir aus der Eurozone natürlich sehen und hören, ist ganz klar, eigentlich hätte die EZB Luft, das Anleihaufkaufprogramm zu beenden. Die Eurozone hat sehr, sehr positiv mit konjunkturellen Daten überrascht. Nicht nur Deutschland boomt, das boomt, das ist nichts Neues. Der IFO nahe Allzeit hoch, aber wir sehen auch gute Daten für die Eurozone insgesamt. Das Wahljahr 2017 ging ohne größere Probleme rum. Ja, ein bisschen Probleme in Spanien gerade, aber aus der Sicht des Kapitalmarkts, das muss man sagen, die Risiken, die man Ende 2016 gesehen hat, für die Eurozone, die haben sich so nicht materialisiert. Die politische Risikoprämie geht nach unten. Dementsprechend sieht man auch den europäischen Aktienmarkt durchaus. Und den Begriff Value, also Wert, als interessantes Thema in der heutigen Zeit. Aber zum Thema Zinsen. Wenn die USA wirklich die Zinsen weiter anhebt, wenn die USA die Notenbank schrumpfen wird, also wenn nichts dazwischen kommt, dann könnte der Euro durchaus auch wieder gegenüber dem Dollar verlieren. Und diese Euro-Stärke hat ja dazu geführt, dass die EZB so ein bisschen auf der Bremse stand und nichts ändern wollte. Also, nehmen wir mal das Szenario. Der Euro wertet wieder ab gegenüber dem Dollar aufgrund der Zinsdifferenz. Dann fehlt der EZB des Argumentationsspektrum. Die Wirtschaft ist besser. Inflationserwartungen haben sich stabilisiert. Dann könnten wir eine Wende der Gold-Geld-Politik haben. Und die historisch einmaligen Konstellationen bei Zinsen und Dividendenrenditen und Co. haben sie gesehen. Und dementsprechend, glaube ich, diese Argumentationskette, die sollte man mal für sich durchdenken. Heißt aber auch, wenn Sie ein Darlehen haben, was in zwei, drei Jahren ausläuft, sei es für Ihr Häuschen, sei es für eine vermietete Immobilie, das Thema Forward-Darlehen könnte sich mal rechnen. Man muss es mal durchkalkulieren. Aber ich glaube, es macht Sinn, sich damit mal zu beschäftigen. Sie können sich heute bereits Zinsen sichern für in drei Jahren. Und ich glaube, es ist günstiger, das jetzt zu tun, als nach einer Reaktion der Europäischen Zentralbank. Ansonsten, wie gesagt, wenn Sie einiges lesen zur Erklärung. Sie sehen hier auch einen statistisch plausiblen Zusammenhang. Sie sehen in gelb den Käsekonsum. Auf der anderen Seite sehen wir den Tod durch Bettlaken. Also eine lustige Grafik hier aus dem Internet. Sie sehen, es geht beides parallel nach oben. Aber ich glaube, wir sind uns alle einig, dass der Käsekonsum und der Tod durch Bettlaken nichts miteinander zu tun haben. Aber wenn Sie die Kurven so sehen, könnte man es rein interpretieren. Und solche Grafiken aus der Finanzwelt werden Sie jetzt oft sehen, wenn es darum geht, wie wirkt sich eigentlich die Notenbank-Bilanz-Schrumpfung aus. Und deswegen sage ich Ihnen an dieser Stelle, niemand weiß es, egal wie gut es begründet ist. Das eine ist stichhaltig, das andere ist argumentativ besser, das andere ist schlechter. Aber es sind nur Prognosen, es sind nur Meinungen. Vielleicht bekommen wir sogar durch die Schrumpfung der Notenbank eine höhere Inflation. Man weiß es nicht. Deswegen Rückzug auf das, was Sie beeinflussen können. Und das ist eben die persönliche Vermögens- und Depotstruktur. Schauen wir mal kurz auf die Konjunktur. Erstmal das Positive. Wir haben einen globalen synchronen Aufschwung. Von den 45 größten Volkswirtschaften ist keine im Rückwerksgang im Jahr 2007. Für 2018 wird das auch nicht erwartet. Also globaler, synchroner Aufschwung. Sehr, sehr positive Botschaft an dieser Stelle. Wir sehen das auch an den Überraschungsindizes, wo man vergleicht, was waren die Erwartungen, was kam an harten Daten rein. Da sehen Sie im Endeffekt auch alles solide, alles stabil. Mal die eine Region ein bisschen schlechter, mal die andere ein bisschen besser. Heißt aber als Anleger nichts, was Sie momentan tun müssten, aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung. Schauen wir auf die OECD-Früh-Indikatoren, die man mit einem kleinen Zeitverzug, weil man die Märkte nicht beeinflussen möchte. Und auch da sehen Sie, da sind wir in solidem Terrain. Also von daher, global, konjunkturell, muss man sagen, aktuell durchaus das Bild ganz interessant. Heißt aber auch, kann es konjunkturell noch viel besser werden, also kann die Wirtschaft noch besser überzeugen, als man das aktuell erwartet. Vielleicht sehen wir auch jetzt nochmal ein Überschießen, weil wir einen Boom bekommen, weil einfach die Zinsen zu lange, zu niedrig waren, weil jetzt eben doch mal investiert wird. Das kann durchaus sein. Auf der anderen Seite müssen wir festhalten, wir haben eine Vielzahl von Risiken. Wir haben das Thema Kredite in China, wir haben vielleicht Kreditblasen in einigen Segmenten des Kapitalmarktes, wir sehen in den USA vielleicht wieder Verfehlungen in Teilsegmenten bei der Kreditvergabe, Stichworte Subprime beim Gewerbemarkt, respektive bei den Autokrediten, wir haben die Studentenkredite und, 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 wir haben geopolitische Risiken mit Nordkorea und den USA. Also es gibt durchaus viele Themen, aber diese geopolitischen Themen werden Sie ohnehin nie zeitlich timen können. Daher sollten Sie Ihre Anlagestrategie nicht permanent beeinflussen. Fazit zur Konjunktur also ganz klar, aus dieser Perspektive gibt es momentan überhaupt keinen Grund, von der Anlagestrategie abzuweichen, die vor Ihrem persönlichen Hintergrund, also Anlaghorizont, Risikobereitschaft, persönlicher Vermögenstruktur und Lebensplanung sinnvoll ist, nicht aufgrund der konjunkturellen Erwartung hier aktuell davon abweichen. Es macht keinen Sinn, auf einen Boom zu wetten, keinen Sinn auf eine Rezession zu setzen. Also Rückzug auf die persönliche Basis. Ansonsten, was haben wir im Endeffekt hier noch klar? Was sollten Sie als privater Anleger jetzt tun? Einiges habe ich schon angesprochen, aber ganz klar, schärfen Sie Ihren finanziellen Sachverstand, verstehen Sie Ihre persönliche Vermögenstruktur, wo sind Sie Schuldner, wo sind Sie Gläubiger, wo haben Sie Geldwerte, wo haben Sie Sachwerte, gibt es Klumpenrisiken, was ist mit Währungseffekten und, und, und. Also handwerklich gibt es viel zu tun und die Einführung in die Vermögenstrukturanalyse, das können Sie auf einer Webseite tun, www.meinanlegerprofil.de, kostenfrei und anonym. Eine vereinfachte Version unserer professionellen Vermögenstrukturanalyse. Aber Sie bekommen da mal einen ersten Eindruck und das ohne zu viele Daten erfassen zu müssen. Das nächste, messen Sie Ihre finanzielle Risikobereitschaft. Die können Sie auf wissenschaftlicher Basis ermitteln. Der Weltmarktführer sitzt in Australien. Dank der Globalisierung bieten wir das auch in Deutschland an, auch natürlich in Deutsch. Auch hier, das können Sie bei uns anfordern mit einer simplen E-Mail. Ich habe es Ihnen hier mal aufgeschrieben. Und der nächste Schritt, gehen Sie in den Dialog. Geldanlage kann durchaus Spaß machen. Wir haben sehr, sehr niedrige Zinsen. Wir haben vielfältige Themen. Auf der anderen Seite haben wir auch die Möglichkeit, heute Vermögensstrukturen und Anlagestrategien günstiger und effizienter abzubilden, als es jemals der Fall war. Die Technik wird noch besser. Die Verwaltung von Vermögenswerten wird deutlich ansprechender auch für Sie als privater Anleger. Also, lassen Sie uns einfach mal diskutieren, was für Ihre jeweiligen Anforderungen Sinn macht. Und dann kann man auch diese niedrigen Zinsen und diese historischen Konstellationen als Anstoß nehmen, sich mit seiner Vermögensstruktur hier zu beschäftigen. Ansonsten darf ich Ihnen wie immer für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Rückfragen und Feedback unter den gewohnten Telefonnummern und E-Mail-Adressen. Ich darf mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche. Machen Sie es gut. Bis bald. Auf Wiedersehen.